Tele-DMW Dies ist die Cardinals-Ausgabe der Woche-Info Ich habe für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche für Sie verrat Tele-DMW Ich habe Tele-DMW Ich habe Tele-DMW auf den Computer eingestellt Tele-DMW Ich sehe Tele-DMW Am Sonntag, da mach ich an weil ich nicht anders kann denn die neue Wochen-Info läuft dann Tele-DMW Ich habe Tele-DMW Ich habe Tele-DMW auf den Computer eingestellt Tele-DMW Ich sehe Tele-DMW Wir lausen dort um den Köln Hallo Leute Ja Bin auch wieder da in Jörgchen rum Hier ist so rett nachher Oh Mann Bin auch wieder da Jungs Ich sitz nicht gut Ich habe mich jetzt eh Mein Bier kümmere ich auch an So anders arbeite ich hier nicht Ich möchte gucken Das ist nicht so einfach Das war ein bisschen zu weit links Da kriege ich einen Dusch wieder oder? Wir haben ja wieder Karneval Und ich soll eh eine Meldung füllen Ich kriege jetzt aber Dafür sind die Krücken gut Oh Jungs Oh Jungs Ich satten Arbeit Ich satte gewusst So jetzt handelt aber jetzt den Platz gefunden Zuerst war ich Ein bisschen aus der Puste Zuerst war ich ja im falschen Studio Die falsche Tür Ja Da war ich bei DMW live Da saß der DMW hinten Hab mich rauszuschmissen Ich stink so nach Alkohol Was ich da zu suchen hätte Wo ich nicht mal lesen könnte Natürlich kann ich lesen Aber nur wenn ich gute Schnäpschen noch kriege ich hier Dann kann ich jetzt gut Na Jungs Das machen wir doch Das wollen wir mal kriegen Was war hier ran Jetzt habe ich jetzt Brühe Jetzt mal ein Schlückchen Brühe Ich habe eine neue Übung Flaschen darf man nur noch Auf Ex Auf Ex Darf man die nur noch Runter trinken Egal was das ist Dann bist du ein ganzer Kerl So Jungs Wollen wir noch mal Gucken Was der Hermann hier für eine Meldung hat Oh Junge Junge Da war ein Unfall Oh Und dann ist ein Kollege von mir gewesen Oh Für einen Unfall Auf der A1 Legte der Fahrer Eine kleine Trinkpause ein Das heißt Dann machen wir eben Unfall Und dann darf man auch weiter trinken So Trinkpause Das ist eine gute Idee Die Flasche ist leer Dann kommen wir jetzt mal An das Eingemachte Wodka Kommt hier hoch Ja So Also Jetzt geht es Jetzt klappt es Jetzt klappt es So Auch auf der Lennepost Die Flasche Abschlussstelle Rentscheid Die Flascheid Die Flascheid Die Flascheid Aua Die Flascheid Die Flascheid Die Flascheid Die Flascheid Nehmt mich so mit Ich habe eine andere Meldung Ach Jungs Also machen wir weiter Ach Keine Fahrbahn Ordentliche Ach du Scheiß Alles kaputt Hier Da muss aber viel Und so weiter Ach Ach Ja Jung Also nochmal Danach schleuderte der Zootoen zurück auf Die Fahrbahn Und kam Auf dem linken Fahrstreifen Zum Stehen Die Polizei Und die Feuerwehr Rentscheid Röckchen zur Unfallstelle raus Frau und Kind Hatten Glück Der Rettungsdienst Der Rettungsdienst Sprach später von einem Leichtverletzten Allerdings Trafen Die Eier Röfter Später Nur Auf einen Fahrer Der erheblich Sowas wie ich Dürrzi Harry Und Wodka Und Bierchen Getrunken Hatte Arositiert War Er soll Zum allgemeinen Erstaunen Dem Helfer Auch nach Dem Unfall Am Ort Und Sterne Und Sterne noch Weiter Getrunken Haben Kann ich auch Jetzt haben wir hier noch Ein Fünfer Menzleckörchen Zum Wohl Er hat weiter getrunken Die Polizei Noch ein Bumse macht Noch ein Bumse macht Kein Rad mehr Das war Blasen lassen Und da war Hey Gott So Leute Jetzt haben wir wieder Nach Hause Platz für die nächsten Wache Zum Wohl Jetzt geht es ab Ich habe das ganze Studio hier abgerissen Das ist mir peinlich Das ist mir peinlich Ich hoffe Dass die noch nicht so schnell Gewürgt haben Bis nächstes Jahr Euer Rettner Na ja man Ich kriege das alles Nichts wieder hin Eben jedes Mal Das gleiche Mal aufstehen Mir hilft ja auch keiner Mir das gleiche Scheiße Jetzt bin ich unten Könnt ihr mir Vielleicht mal hochhelfen Kann mir mal einer Hochhelfen Hier Verlaubt nochmal Oder ich schlafe Hier heute aus Ich will dir helfen Mal einer hier Hier mal einer Ja ich helfe dir Also Komm mal mit Ja Hier Heute ist meine Pistole In Reparatur Kann ich nicht Guter Mann mehr Ich ja normalerweise Chef von dem ganzen Staat Aber ich habe mir Sagen lassen Das ist ja auch Eine gute Maschine Hier Eine Messer Vom Feinsten Ja ich Wenn ich gute Laune habe Mach ich nur so Wenn ich schlechte Laune habe Kriegst du da Wo du nicht haben willst Und dann viel Blut Also Freunde Haltet besser den Sanne Wenn ich hier vorlese Also Einbruch In Remscheid Mit Tierschaden Das waren Kollegas Nicht von mir Meine Verein war das Nicht sowas Werde ich noch Persönlich Nachprüfen Wer das War Passen auf Was passiert ist Am Donnerstag Dem 8. Februar 24 Brachen in der Nacht Zwischen 1 und 3 Uhr Ein oder mehrere Spastiker Oder Täter In ein Einfamilienhaus Am Dürrenberg In Klausenheim Ja das ist unser Geschäft Wir müssen auch mal Arbeits ein bisschen Kleingeld machen Sie stärken schon Die Wertgegenstände Wie Laptop Ja geht Eine Playstation Ja geht auch Und ein Schlüsselbund Mit einem Autoschlüssel Und einem Motorradschlüssel Lader Lohnt sich ja richtig An die Balkontüre Zum Abtransport So ist er Profi So muss machen Ja Oh Was ich muss lesen Die nicht mehr ganz bei Sinnen Kannst du sehen Was hier gucken Machen Sie wurden aber scheinbar Vom Hund Der Eigentümer Welcher noch Unter Welche noch unterwegs waren Mit Lauten Gebell Überrascht Einer der Täter Stach mit einem Spitzengegenstand Ich war das jetzt nicht In den Bauch Des Hundes Er wurde noch In der Nacht Not operiert Die Täter ergriffen Ohne Beute Die Flucht Stupido Erst so doof Und dann noch Tierquäler Pass mal auf Dieses Messer Juckt schon so Wenn ich euch erwische Beim nächsten Einbruch Komm ich mit Und dann geht der Piep 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 Ja dann Oh Und wenn ein Hund da ist Dann gibt dem doch Verdammt normalen Leckerchen Ja Geh das noch hier Ich seh doch schon wieder nichts mehr Ich stech den Frisur ab In Namen des Remscherner Fernsehen Von dem Spaßbaukanal Und DMW Live So sagt es schon Raffi Deutscher Liebe Brüder und Schwestern Ich muss feststellen Dass es immer wieder schwarze Schafe Unter euch gibt Die im Auto sitzen Und die Musik zu laut machen Und den Gegenverkehr Schwer gefährden Auch das ist in Remscheret vorgekommen Und die Meldung Werde ich Ihnen Sofort vorlesen Moment Haben wir gleich Aha Am Montag Dem 5. Februar 24 Musste gegen 18 Uhr Ein PKW Einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen Und kam von der Fahrbahn ab Ein 21-jähriger Mann Fuhr mit seinem Ford Fiesta Auf der B229 In Richtung Westen Als in Höhe der Bundes Bushaltestelle Wassermühle Ein entgegenkommender dunkler PKW Auf der Gegenspur Zum Überholen Ausfährte Um einen Frontalzusammenstoß Zu verhindern Musste der 20-Jährige Mit dem Ford Auf den rechtsseitigen Grünstreifen Ausweichen Und kollidierte dort Mit zwei Pfosten Der Fahrzeugführer blieb Und verletzt Die dunkle Limousine Entfernte sich Unmittelbar in Richtung Osten Der Sachschaden Liegt bei ca. 5.000 Euro Die besser in meinem Klingelbeutel Gelandet wären Die heutige Kollekte Geht für Verfolgte Geht an verfolgte Piratensender Betreiber Die von der Bundesnetzagentur Ausgehoben wurden Und so in Schieflage geraten sind Meine Herren und Damen Bleiben Sie ein treues Schaf Dem Remscheider Fernsehen Tele-DMW Nur hier Ist das wahre Leben Amen Es war Der Königswind Oh Gleich sind wir fertig Meine Güte So Ja Sauber muss sein Ja Wunderbar Die Kamera läuft doch wohl noch nicht Welcher Hornoxe Hat die schon angemacht Nicht mit mir Das gibt's doch nicht Das kann man mit mir nicht machen Ach Sind wir auf Sendung Oh Also Leute Ich muss auch noch ein bisschen weitermachen hier Ich bin noch am Putzen Da kannst du sagen was du willst Warum machen die die Welcher Hornoxe hat die Kamera schon angemacht Ich bin noch nicht fertig Und wenn dann mach ich was anständig Ich werd noch ganz nervös hier Ich werd noch ganz nervös Hier auch noch sauber Ach Mein Scheuermilch Immer so cremig Ein bisschen mehr Salz rein tun Streifenbleib in die Ohren Hey Jawohl Das gibt nen Tusch Aber ich glaube Spiritus muss man auch noch ein bisschen über das Mikrofon So Damit das auch wieder hygienisch wirkt So Leute Ich glaube Ich soll hier was anders machen Ich hab hier Nachrichten mitgebracht Ach meine Handtasche Da sind die Ach die liegen schon am Tisch Die liegen schon am Tisch Ach ich muss noch mal ein bisschen Haare zurecht machen So Jetzt kommen wir mal hier zur Sache Nachrichten Aber ganz Zoppitoppi Wo ist das denn hier Ah Bergisches Land Oh Ja Also ich muss sagen Gute Leute Heute schauen wir nach Gummibach Gummasbach Das gibt nen Dusch So Also für die Polizei öffnete er nicht die Türe Nichtmals die Handtasche Nein Also Am Donnerstag, dem 8. Februar Kam es am späten Abend In Gummasbach zu einem Auffahrunfall An einer Ampel Dabei erlitt die Beifahrerin des vorausfahrenden Autos Leichte Verletzungen Äh Letzungen Unmittelbar nach dem Unfall Flüchtete der mutmaßliche Unfallversucher vom Unfallort Och ist das schön Und dann Was hat er denn dann gemacht Och herrlich Hui Der flüchtige 39er hier Bergneustädter Kunde durch die Polizei In unmittelbarer Nähe Der Autobahnanschlussstelle Gummibach Festgestellt werden Missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten Und flüchtete über die Autobahn 4 in Richtung Köln In Höhe des Kreuzes Köln-Ost Kollidierte er mit Zwei Streifenwagen Das muss sich auch lohnen Verletzt wurde hierbei niemand Unbedingt Unfallbedingt war einer der Streifenwagen jedoch nicht mehr fahrbereit Hatte der also einen vom Hals Da der Flüchtige sich nach dem Unfall in seinem Auto einschloss Und dieses nicht freiwillig verlassen wollte Hätte ich auch nicht gemacht Ähm Ja Mussten die Beamten vor Ort eine Seitenscheibe einschlagen Also entglasen Um ihn unter erheblicher Gegenwehr aus dem Auto herauszuholen Nach ersten Schätzungen beläuft sich der verursachte Gesamtschaden auf ca. 30.000 Euro Der Unfallpflichtige war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis Nee, war er auch nicht Nee, hatte er schon längst nicht mehr Nee, nee, der hatte keinen Führerschein Und stand erkenntlich unter dem Einfluss von Allruhe Hehehe Wuuu Ihm wurde eine Blutprobe entnommen Der Unfallfahrer Erwarteten nun verschiedene Strafverfahren Unter anderem wegen Widerstand Fahren ohne Fahrerlaubnis Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Und unerlaubtes Entfernen von Unfallort So, jetzt können wir weiter sauber machen Wenn wir schon so ein bisschen mal im Verkehr sind Jetzt kommen die Verkehrsmeldungen Wir sind alles keine Sünder Jeden Dienstagmorgen holt das Ordnungsamt den Radar Böllerwagen Rein zum Batterieaufladen Jeden Mittwochmorgen sind die vor uns auf der Flucht Die wollen den neu verstecken Aber wir sind auf der Spur Wir wollen schließlich wissen, wo er ist Und die Zuschauer erst recht Leider gewinnt manchmal das Ordnungsamt das Spielchen Und wir kriegen nicht raus, wo er ist Schuld zum Beispiel ist eine dumme Ampel Sollten Sie wissen, wo dieser Wagen hingekommen ist Dann rufen Sie unsere Hotline an Unter folgender Nummer Bis März 2024 gibt es einer Kreuzung Vieringhausen eine Baustellenampel Die sorgt mächtig für Ärger Und für riesigen Rückstau Wer meint, über die Stockterstraße hier reinfahren zu müssen Der wird genauso im Stau stehen und verzweifelt sein Werktags ab 6.30 Uhr geht es los Dann läuft hier nicht mehr viel Dann kriecht hier alles nur noch Oder steht alles still Wer schwache Nerven hat oder es eilig hat Soll diese Straße am besten gar nicht nutzen Denn die ist unbrauchbar für Autofahrer Die bergab wollen Und auch von Solingen aus ist das gleiche Spiel zu sehen Hier ist eine Schlange Die geht schon bis nach dem Lidl hier Und wenn es noch weiter geht Dann erreicht sie sogar die Kreuzung an der Hüttenstraße Die Leute, die aus der Hüttenstraße raus wollen Stehen natürlich auch fest Die Ampel hält uns nicht auf Wir wollen sehen, wie weit das noch darüber geht Ich kann Ihnen nur sagen Umfahren Sie das ganze Spiel über die Königstraße Über den Führberg Und dann ab ins Morsbachtal Fahren Sie nicht hierher Schonen Sie Ihre Nerven Die stehen hier tatsächlich bis zur Totaltankstelle Und irgendwann wird die Kreuzung Amtsgericht auch betroffen Eine neue Eisenbahnbrücke wird an der Wülfingstraße gebaut Deshalb gibt es hier eine Einbahnstraßenregelung Und für die anderen gibt es natürlich eine Vollsperrung Denken Sie daran Auch in der Schlachthofstraße wird eine Eisenbahnbrücke gebaut Das gleiche Spiel Für die einen eine Einbahnstraße Für die anderen eine Vollsperrung Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutztempo 30 einhalten Das packen die meisten nicht Wollen Sie nach der Goldenberg-Kurve schnell über die Remscher-Straße nach Lüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen Und zwar vor der Schule Goldenberg Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden Den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne Also dort wo die Deutschlandfahne ist Bitte vorsichtig fahren Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30 So Leute Ich muss mich verabschieden Ich darf Ihnen noch eben erzählen Was wir für Preise nehmen Nein, das darf ich hier nicht erzählen Aber Atta habe ich noch gefunden So Also Leute Ich mache jetzt hier noch sauber Ich darf noch eben sagen Dass es im Film der Woche heute mal um Rosenmontag so geht Aber nur um das Drumherum Ja Und ich darf Ihnen den Hit der Woche sagen Der Gewinner von der vorigen Runde darf ja nochmal antreten Und heute ist der DMW ja nicht im Studio Da können wir ihn wenigstens als Hit der Woche sehen Dafür hat er auch schon einen Gremlin bekommen Schauen Sie mal Ein Gremlin für den Titel Wow, wow, wow DMW Hat es gesungen Für euch bleibe ich bis nächstes Jahr Ihre Michaela Eure Putzfrau Und das soll man aber wirklich mal alles hier sauber machen Gremlin Eure Putzfrau Oh, 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 oh Hier ist das Rennscheider Fernsehen Tele-DMW Tele-D-M-W Ich grüße euch alle vom Rennscheider Fernsehen, mein Name Jürgen Krebs, Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire Ich wusste immer schon Rennscheit, Rennscheit weiß geschafft Rennscheider Fernsehen Ach stopp, 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 ist ja alles falsch, warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich habe die ganze Woche Tele-DMW geguckt Ach, das ist natürlich ein Grund, ja weiter so, sehr gut, sehr gut Hallo Leute von Deutschland Hier ist der Tinis von der Fußpreis Station Und ich habe hier ein Wetterding Schöne Grüße Schöne Grüße aus Tele-DMW Dankeschön Ich grüße jetzt ganz herzlich das Team von Und ich lese es jetzt hier auf dem T-Shirt ab Von Rennscheider Tele-DMW Ich bin mir sicher, ihr macht geile Sachen Als hoffe ich jedenfalls Hey Leute, hier ist euer Benedikt Und heute gibt es nun was ganz besonderes Es geht um Tele-DMW Dirk Michael Westkamp Guter Mann Mag ich Abonniert Tele-DMW Einfach genial, dass es dich geht Heute wollen wir uns mal den Karnevalszug in Remscheid-Lennep angucken Am Rosenmontag, einen Tag nach Redaktionsschluss, waren wir dort Mit dem Unterschied, dass wir uns den Zug mal von hinten anschauen Und zwar vom Startplatz an der Mühlenstraße Hinten zuerst zu sehen selbstverständlich die Müllwagen Und was haben wir noch? Die Karnevalswagen natürlich Die Leute warten, dass sie endlich losfahren können Die Stimmung ist gut Aber es ist noch recht langweilig Man steht auf der Stelle Die Strecke ist recht kurz, die sie zurücklegen müssen Von der Mühlenstraße bis zur Kölner Straße Weiter ist das nicht Und wir schauen uns einfach mal an, was da so alles abgeht Viele Wagen waren es nicht Man schätzt 10 bis 20 Und das gängige Lied war Und ich flieg, flieg, flieg Heute ist so ein schöner Tag Schauen wir uns das doch mal an Zu mir rüber und ich nehm, 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 nehm Nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag 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 Und ich flieg, flieg, flieg Und ich spring, ich spring, ich spring Immer wieder und ich schwimm, 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 schwimm Zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm Nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag 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 Mein Gott, was die Nonnen für moderne Lieder im Gesangsbuch haben Man staune Wir wollen uns weiter bewegen zum Anfang des Zuges Noch sind wir nicht da Ein Riesenstau, der schon ein, zwei Stunden geht Und das Ende ist kaum in Sicht Aber wir sind jetzt am Anfang des Zuges angekommen Und wir haben hier Gäste aus Altena Der Zug soll beginnen mit schöner Musik Und die Trommler und der Spielmannszug werden dafür sorgen Wenn der Zug nicht losmarschiert, weil es noch nicht 14 Uhr ist Dann machen wir es wenigstens Wir gehen mal die Strecke ab Was ist denn los? Beginnen wir in der Mühlenstraße Ein bisschen weiter Stehen vereinzelte Leute rum Und warten auf den Zug Zwischendurch gibt es ein bisschen Verpflegung Brezel oder irgendwelches Gebäck Kann man jederzeit kaufen Aber wo geht denn jetzt die Post ab? Stellt sich die Frage Und schon kommen wir zum Mollplatz Wo wir dann feststellen Dass doppelt so viel los ist Wie in den Nebenstraßen Hier sind richtige wartende Gemeinden Für Verpflegung wird gesorgt Kleine Stände reichen gerne mal was weiter Und die Leute hier Die warten garantiert nicht am Bus Und jetzt schauen wir mal rüber zum Bismarckplatz Dort soll die Post abgehen Das wie ihr Leben 55 Na nun, der erste Absperrzaun überhaupt Damit hat man sehr gespart scheinbar Jetzt müssen wir mal durchs Gewühle Hier am Hertie, am ehemaligen Dort ist so viel los wie in Köln Man kommt kaum durch das Gewühle Wie man sieht Man muss sich förmlich da durchboxen Und wenn man mal irgendwann diese Kölner Straße durch hat Ja, was sieht man dann? Das Ende der Wegstrecke Hier geht's nämlich nicht mehr weiter Fassen wir nochmal zusammen Am Bismarckplatz bekommt man das Kölner Feeling Hier geht die Post ab Hier ist es voll Wenn Sie auf eine andere Strecke gehen In die Nebenstraßen zum Beispiel Dann können Sie gut was mitbekommen vom Zug Und jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen Die Stadt Remscheid hat zuerst die Rostbadstraße gesperrt Mit Verkehrsschildern, die das Parken nicht erlaubt Fürs Parken wird nicht gesorgt Im Gegenteil, das Parkhaus wurde absichtlich noch gesperrt Und die Verkehrsschilder, wie wir in der letzten Sendung schon berichtet haben Wurden ganz schnell noch auf der Kölner Straße aufgestellt Die Polizei und die Feuerwehr waren überall präsent An jeder Ecke, an jeder Einfahrt und Nebenstraße stand entweder ein Feuerwehrwagen, ein Notarztwagen oder die Polizei persönlich Wo man auch hinschaute, es gab Polizei Und trotzdem gab es in Remscheid die meisten Zwischenfälle Wuppertal und Solingen waren sehr friedlich Doch im Raum Bismarckplatz am ehemaligen Hertie gab es eine schwere Schlägerei Unangenehm für den Notarzt Der muss dann durch die Menschenmenge Und das ist gar nicht so einfach, wenn man durch die vollbesetzte Kölner Straße sich quetschen muss Als Rettungswagen Und das kann natürlich ein bisschen dauern Verschiedene Festnahmen gab es, soviel ich weiß, elf Und eine dicke Schlägerei am Zentrum des Karnevals beim Hertiegebäude Nur wenige Meter weiter steht die Bereitschaftspolizei in der Wupperstraße Ohne Nummernschild Total verdreckt Dafür bekommt man normalerweise ein Knöllchen Denn diese Karnevalsdekoration ist nicht erlaubt Ich schneide eine Stunde an dem Film Stereo? Ja, Stereo, ja, aber total verschwommen Steffen, was ist das für eine Einstelle? Ja, das ist aber nur der Cookie Kannst du ruhig nur laufen lassen, ja? Alright, dann geht drauf los Ich bin ganz... Der macht doch eine Kerze Sieht so bescheuert aus Und du sagst nicht mehr kindisch Ich hab da ganz durchgestanden Der spielst dich gleich an beim Film Im Kindergarten So, Achtung, läuft Dreck Ja, aber es ist Monat Hallo liebe Leute, hallo liebe Zuschauer Hier ist gutes Wetter Hier ist gutes Wetter Ich fühle mich hier wohl Aber wir wollen mal Zum Sendeschluss nicht ganz so albern werden Ich habe nämlich nur einen Spruch der Woche für Sie Der von einem doppelt so blöden Kommentar Von der Nordsee Beantwortet wird Er lautet heute Der Apfel Fällt nicht weit vom Stamm Bitteschön Da mache ich aus dem Stamm lieber Kleinholz Kleinholz? Wieso Kleinholz? Du machst Kleinholz? Schlägst du mit Wasser um dich oder was? Zinsen im Wind Zinsen im Wind Und weil er es nicht kann Mach ihn es nicht mehr an Hier war das Rämscheiner Fernsehen TV-DMV Bis nächste Woche 0179 31314444 0179 31314444 0179 31314444 Man ruft an Man ruft an Mit einem Belang Und die Relation geht an Man ruft an Mit einem Belang Und die Relation geht an 0179 0179 31314444 0179